einen wunderschönen guten morgen alle die zum ersten mal da sind herzlich willkommen zurück an alle die schon wieder sein bitcoin was machen bitcoin aktuell 0,4 prozent im plus eine weitere erwartete wiederholung nachdem wir gestern noch mal erneut die unterkante hier der bären flagge angetippt haben gestern achten kriegen wir uns einen erneuten bounce frage kurz next möglichkeit definitiv longposition leders war im moment noch nicht in denen ihr seht die allererste möglichkeit besteht beim überspringen der absteigenden goldene linie und gleichzeitig des überwindens von rot habe ich hier die möglichkeit bei 40.500 ein vier stunden kerze über 40.500 den catch mitzunehmen bis in die nächste goldene linie und das ist 41 3 das wäre noch mal schicke schicke und von da aus kann es dann durchaus noch mal hier in richtung 245 denn was ich sehr gut treffen würde mit diesen beiden linien ja die linie kann es ja nicht weil ja auch nicht denn das ist das bull market support band das kommt uns nämlich dann hier ein bisschen absteigend entgehen im moment verlaufend zwischen 43 46 45.000 jeden tag ein bisschen absteigend und das ist eigentlich so dass wir um was wir noch üben worauf wir uns noch mal einstellen können was wir eigentlich ja was ich eigentlich hier muss ich sagen erwartet habe dass wir von hier außen noch mal hochziehen bis zum bull market support band das erneut als resistance bestätigen bevor wir dann überrollen dazu können wir gerne noch ein mal zurückgehen auf den vorangegangenen bull merkt dass die struktur hier weiterhin sehr sehr ähnlich sind wir sind von oben herunter gekommen überschreiten das bull market support band kurzfristig dann gehen wir runter retesten das ganze bouncen aus und gehen herunter das ist 2017 zu erkennen als wir das ganze hier überschritten haben angetestet bouncen aus und gehen runter und 2014 als wir das ganze überschritten haben sind wir runter gekommen haben das ganze noch mal angetestet bouncen aus und gehen dann herunter also im endeffekt wir die gleiche struktur das ganze wovon wir schon seit tagen sprechen ist jetzt hier auf jeden fall in play das heißt für mich nichts anderes sollten wir ausbrechen hier über rot und über gold die 40.500 geht es in richtung 41 2 danach die 42.000 durchbrechen wir das dann tippen wir das bull market support band noch mal an ab dort wäre ich definitiv sehr sehr vorsichtig wenn ihr seht dieses bull market support band was hier verläuft das ist ziemlich genau übereinstimmt mit der goldenen linie die hier verläuft sollten wir darüber kommen ja post wahlzeit leute dann geht es in richtung was ist das hier 44.000 45 2 und danach 46.000 sehe ich jetzt im moment allerdings nicht bitte beachtet dass am wochenende vor allem an diesem wochenende ein langes wochenende das weniger volumen wahrscheinlich drin sein wird viele leute sind natürlich bei den familien oder was weiß ich wo auch immer und machen sich eine schöne zeit das ist der perfekte nährboden sag ich mal für market maker die so mit weniger geld mehr bewegen können heute also vorsichtig in die eine oder in die andere richtung ethereum naja auch hier die projektion von gestern schulter kopf schulter weiterhin definitiv möglich nackenlinie ziemlich genau bei 3000 und sollten wir das brechen dann muss im endeffekt auch die goldene linie nach unten hinbrechen wenn wir das pattern dann abarbeiten wollen sage ich einfach mal und von daher würde ich da definitiv ein auge drauf haben ansonsten auch hier dasselbe wie bei bitcoin sollten wir die linie nach oben hinbrechen diese hier ja dann besteht auch die möglichkeit dann besteht auch die möglichkeit ab 3064 den catch mitzunehmen wieder hier in die 3130 ansonsten warten wir ab ob das eine große sks steht und sollten wir unten durchbrechen auf 4 stunden basis dann ist erstmal schluss mit lustig denn dann geht's auf die 2009 300 und von da an in 100er schritten abwärts ab wann würde ich denn wieder einigermaßen bullisch switchen naja ihr seht jetzt erst mal dass wenn ich hier so eine linie ziehen würde dann würde es genau damit übereinstimmen dass ich ab der 3060 bullisch flippen würde in richtung 3100 aber hier das ist wirklich eine heftige resistance das war sehr sehr schade eigentlich dass wir das nach unten hin gebrochen haben die 3130 bis ungefähr 3200 das ist eine fette resi kommen wieder drüber und ihr seht auch jetzt hier wenn ich das einfach mal einbilden würde bull market support panel das sind ja nur die beiden average wenn wir hier wirklich drüber kommen sollen 3200 das verläuft ja ungefähr genau hier ja dann würde ich auch wieder bullisch flippen in richtung 3450 ansonsten lasse ich ethereum gerade mal ethereum sein vielen grid index muss man nicht überreden auch hier sind wir natürlich nach dem gestigen tag wieder runtergedroppt auf 22 was sagt uns das im endeffekt nicht viel wir können sehr sehr weit runter droppen guckt euch das mal an wenn wir hier wirklich viel herrscht dann sind wir auf einmal bei fünf oder hier irgendwo bei zehn das hat also definitiv noch platz nach unten jedoch muss man aber auch immer sagen dass der vielen grüten index ungefähr bei 20 meistens seinen boden findet aber ihr wisst ich kann in richtung 20 droppen erholen mich auf 25 droppe wieder auf 20 aber der kurs geht dabei weiter runter ja ich würde das so 4n grid index ist immer gut und schön aber vielleicht nicht so ganz relevant wie viele denken das war's für bitcoin und ethereum machen im moment nada niente zu gucken kurs den kurs einfach mal machen lassen was er gerade möchte und von daher guckt euch das ganze von der seitenlinie an bullisch können wir ab anderen marken wieder flippen jetzt gerade macht das hier nicht den anschein dass wir bock haben uns ja in irgendwelche massigen höhen zu bewegen sondern dass wir hier irgendwie ausfletten und dann den weg nach unten bereiten das war es erstmal ich wünsche euch einen wunderschönen start in diesen freitag ins oster wochenende ins lange oster wochenende ich hoffe keiner von euch muss arbeiten ihr könnt die zeit mit der familie oder mit freundin genießen macht das bitte macht man die augen zu blutzen ich die ganze zeit auf die kurse guckt euch nicht den ganzen tag irgendwelche youtuber an wirklich geht man wirklich heraus trifft euch mit freunden macht was mit der familie also alles viel viel wichtiger als die ganze scheiße wie wir hier jeden tag um die ohren haben wir werden ich werde euch auf den laufenden halten ja aber auch ich werde die zeit mit der familie genießen und bin mal froh darüber aber nur kein live stream machen müssen also gerne ich das auch wirklich mit euch mache aber es ist wirklich wichtig zeit mit der familie zu verbringen macht